Musik Hey Leute, was geht? Hallo Leute, hier bei diesem wundervollen neuen Projekt. Ja, es ist wundervoll. Es nennt sich Feed the World. Wir sind hier mit ganz vielen Leuten. Normalerweise sind es mehr, aber wir nehmen gerade um 23.40 Uhr auf. Das ist die erste Folge, weil ich da voll Bock drauf hatte und unbedingt spielen wollte. Nehmen wir auf. Ich mache mit Yazid zusammen und es gibt auch noch andere Teams. Manche spielen alleine. Und wie ihr seht, verbreiten sich die Leute jetzt überall in die Welt. Und gleich wird es noch einen Gruppenanruf geben mit allen Leuten. Ja. So, dann würde ich mal sagen, verteilen wir uns schon mal. Ja, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, zu den guten Bäumen dahin. Guten Bäume! Drogen! Und bitte nicht Yazid sagen. Dankeschön. Was denn? Yazid zockt. Justin. Ja. Okay, ich nehme Justin. Ja. Und normalerweise auf dem Bildschirm, da ist die Uhrzeit. Das gibt es auf jeder Seite. Und auf denen steht eigentlich willkommen auf dem Server. Lies bitte die Regeln und so weiter. Ähm, und wir haben Zäune. 4 Stacks. Damit stacken, äh, markieren wir unser Grundstück und nachher protecten Justin und ich das für die einzelnen Leute. Und, äh, ja. Ja. Wir werden uns, wir werden uns ja eine riesige Stadt drum herum aufbauen. Ja. Und es können halt immer mehr Leute joinen nach einer Zeit. Ab und zu, in manchen Videos werde ich dann, äh, einen Link halt stellen, wo man sich bewerben kann. Das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach, äh, die Felder ausfüllen. Einfach, äh, Username. Ganz einfach das Google Doc. Ja. Ihr müsst, da sind so Fragen drin wie, äh, Minecraft Username, ähm, wie oft ihr... Es erklärt sich von selber. Ja. Ja. Ja, also ihr müsst nicht viel machen. Sollen wir hier vorne unser Gebiet abstecken? Ja, würde ich sagen, ne? Ah, da macht schon einer. Wo? Hier. Aua, ich bin irgendwo runtergefallen. Sollen wir hier hinten hingehen? Komm, wir gehen hier hinten an die Berge hin. Ja. Wie groß darf das sein? Puh, so groß wie, so viel Platz wie wir Zäune haben, ne? Würde ich mal sagen, stecken wir uns die Kacke ab, ne? Mhm. Mit Berg. Würde ich sagen, oder? Also, bisschen Berg abstecken? Ja, ich würde sagen, wir fangen hier an, ne? Und gehen dann da so lang. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal los, ne? Du gehst rechts rum, ich links rum. Ich habe einen Zaun schon verschwendet. Ein Stück Zaun. Aber die lassen sich auch blöd setzen mittlerweile. Ne, wir spielen ja jetzt hier in der 1.4 noch, ne? Ja. Ja. Scheiße. Und schon kriegt der Charakter Hunger. Ne, du hast recht. Ey, meinst du hier so reich bei mir? Oh, scheiße, mein Handy weg. Nimm mein Handy weg. Ich sterbe gerade. Sorry, einen Moment. Das ist jetzt schon das zweite Mal heute. Und das erste Mal ist vor vier Minuten oder so gewesen. So, und am Spawn gibt es kostenlos Energie am Anfang. Ja. Aber, ähm, wenn ihr eure Sachen da drin lasst, können sie... Ja, sie geklaut wahrscheinlich. Zum Beispiel, wenn ihr da so ein Energy Jetpack gelöst, wer würde das nicht gerne mitnehmen? Also, ich würde es mir auf jeden Fall mitnehmen. Und die Regel ist, die Regeln sind halt, ähm, innerhalb der Stadt darf nicht abgebaut werden, nur außerhalb. Und, äh... Ey, meinst du, ich stecke hier zu viel ab gerade? Ich nicht. Komm mal kurz rum. Ja, warte sofort. Ähm... Wir haben eine Skype-Konfi, wo wir dann alles reinschreiben, so und so, und nachher auch zusammenzählen, kurz. Ich glaube, da würde ich mal irgendwie sagen, dass sich jeder mal vorstellen darf oder so. Ja, und wir... Es ist auch gleich schon so weit, weil gleich müssen die Regeln alle erklärt sein. Und dann wird jetzt gleich... Dann schreibe ich jetzt gleich mal kurz in die Konfi, dass wir, äh, gleich anrufen werden. Und dann wird... Unsere Konfi jetzt gerade kurz pausiert. Ja, reicht, das Gebiet ist groß genug. Ja, 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 ja. Die, die alleine bauen, haben irgendwie ein bisschen Pech. Ist auch so. Die haben ja viel weniger, wir haben ja acht Stacks. Ich hab noch nicht mal zu den ersten Stack verbraucht, ne? Ich hab jetzt gleich meinen ersten Stack. Alter, ist hier hinter ein geiler See. Den steck ich mir auch noch ab. Voll der Geier, Alter. Ah! B. Ich bin runtergefallen. Ja, hier ist einfach gar nichts mehr. Und auf jeden Fall muss ich dazu sagen, ich hab so... Also ich hab nicht wirklich einen großen Plan von... Von der ganzen Sache hier. Aber... Ich will ja das... Ich will das dazu lernen. Was wir wahrscheinlich niemals hier werden. Ja, wahrscheinlich. Oder... Das Problem ist, ich kann mir sowas nicht merken. Crafting-Rezepte und so'n Scheiß. Weil die so kompliziert sind. Hierbei. Finde ich jetzt. Das Gebiet können wir uns gar nicht vernünftig abstecken bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Einfach machen, einfach machen. Der Berg nervt. Lass den mal abtragen, Alter, so. Wenn ich zweiß... Wenn ich zweiß mal, dann kreis. Wir machen das einfach so, Alter. Wir stecken uns den Riesenberg hier ab, ne? Und dann... Tragen wir den die nächsten 500 Folgen einfach ab. Wir nehmen den Berg und schieben ihn einfach weg. Ja, Mann! Okay, ich schreib jetzt in die Konfi. Ja, warte, lass uns doch erst hier das Gebiet zu Ende abstecken. Ähm, Justin, willst du hier... Guck mal, ich bin jetzt hier auf der Spitze vom Berg, ne? Soll ich auf der anderen Seite runtergehen und dann zu dir hingehen oder einfach so? Äh, ja, ich geh jetzt noch bis zum See und würde sagen... Ich geh jetzt dann gleich auch da hoch. Warte, ich komm mal zu dir. Weil wir haben die ganze Stadt, die wir gerade abstecken, ne? Ja. Wir hätten eine Begrenzung machen sollen, mein Freundchen. Ja, er ist jetzt zu spät. Oh, und es wird schon nachts und äh... Monster werden spawnen. Und ich bin halbtot. Es gibt... Und das Lustige ist, die Energiequelle am Anfang, das ist nur Solarenergie. Das heißt, wenn es nachts ist und einer was auflädt und das dann nicht voll wird, hat er Pech. Muss noch Zug hier kommen. Ja, ich bin grad dabei. Alter, den ganzen See willst du abstecken? Nein, nur ein Teil. Wasser ist immer nützlich. Na, mach mal Wasser, Dings, Kraft, Energie. Ich will die nicht runter, ich tu mir weh, Alter. Aua. Ich raste hier voll aus, ich stecke einfach alles ab. Und der Nikola ist richtig kacke. Komm, komm, machen wir so, machen wir ein bisschen großzügiger hier. Okay. Die ganzen... Obwohl, ich stecke den ganzen See ab. Eiskalt, Alter. Hast du schon alle Zäune verbraucht? Nein, Mann, ich hab noch zwei Stacks... Drei Stacks. Ich hab noch zwei. Ich stecke jetzt einfach eiskalt hier ganzen See ab. Bauen sie sein auf dem Grundsteck. Geh weg! Ich stecke hier mein See ab. P4P ist ausgeschaltet. Ja, ich stecke hier mein See ab. Geh weg, Junge. Freundchen, hör mal. Ich geh mal schneller hoch, nicht statt der uns hier noch Grundstück klaut. Der Klaus. Da ist Klaus? Nein, da ist Peter. Einmal diese Peters hier, die klauen sowieso immer alles. Irgendwie spackt gerade meine Maus. Oh, doch nicht. Der ist gar nicht auf so nem Grundstück. Der ist einfach nur in der Nähe davon. Ist ja auch gar nicht groß in so nem Grundstück. Ich mein... Du bist tot. Nein. Ich bin tot. Kann ich auf die zu meinem Todespunkt... Guck mal, ob du das Flashback machen kannst. Alter! Weiß ich, komm mir grad um die Ecke gelaufen, ne? Und dann werde ich auch von so nem Fall getroffen, ne? Voll ins Knie. Ich will meine Zäune wieder haben. Die weg, Junge. Ich muss den ganzen See noch abstecken. Wie sich das anhört. Was? Der macht mich grad voll fertig. Wir hätten vielleicht erstmal ein bisschen Holz sammeln sollen. Ja, das wäre schlau gewesen, aber... Holz wird überbewertet. Erstmal ein ganzes Grundstück... Erstmal ein ganzes Landstück abstecken. Mhm. Nur erstmal zum Ende von meinem hinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Boah ey, Skelett, hör auf mich anzugreifen, sonst... Kacke ich dir gleich ins Gesicht. Ich meine das ernst, hör auf. Ist jetzt noch ein... Ey, jetzt ist ja auch noch ein Zombie. Gehen sie weg, Freundchen. Ich steck dich... Ich steck den Zombie hier grad ab. Aua, ich bin runtergefallen. Alter, ich muss noch so weit. Ist mir egal, ich baue mir jetzt so hier hin. Jetzt fighten der Zombie unser Skelett. Ich hab nur noch ein Stack. Alter! Ja, nur für's machen wir uns einfach nachher noch Zäune. Boah, wie viel HP hat der Zombie, Alter? Also, die Schwierigkeit ist aber einfach. Alter, das ist... Ey, das Grundstück ist viel zu groß, was wir haben. Ja, komm, ich geh dann jetzt mal hier so zur Seite, ne? Ja. Ich glaub, wir haben das größte Grundstück. Obwohl, es sind noch welche dabei, die machen zu dritt, also von daher... Kann ich mehr leben. Also... Ja, man darf ja bis maximal vier Spieler zusammen machen, ne? Die können sich auch eine ganze Stadt abstecken, ne? Und wir brauchen ja nachher Platz für unsere Kraftwerke. Ja, wir wollen ja Atom machen. Nicht nur Atom, auch Wasser und Solar. Mhm. Wenn ich wüsste, wie man Solar craftet... Kannst ja alles nachgucken. Ich muss mich auch erst mal... Ich würd sagen, wir sammeln gleich erst mal Holz, ne? Oh, kacke Enderman. Enderman. Nicht witzig. Rassist. Unfair. Ich bin kein Rassist. Nicht. Creeper. Ich hab mit deiner Mutter was ganz anderes erzählt. Creeper. Ja. Ich hab hier voll viele Zäune verschwendet, weil ich hier einfach eine... Ah! Du bist explodiert. Ich fang grad meinen zweiten... Dings... Stack... Zäune an. Ne, ich verbrauch voll viele, weil ich immer daneben baue oder so hoch baue, weißt du? Ah, wir sind da. Ja, unser Grundstück ist komplett. Warte noch her mal... Fehlend? Fragezeichen. Hey, jetzt gleich. Ja, wir haben unser Grundstück verbunden. Oh. Ja, und jetzt müssen wir alles abgehen, damit hier keine Monster reinkommen, ne? Ja. Oh, der Player. Wie sollen wir den Scheiß denn hier protecten? Überleg mal. Ja, das ist doch so gut wie viereckig, ne? So gut wie... Wir machen einfach einen großen Protect. Selbst wenn dann ein Stückchen da rausgeht, ist doch egal. Oder wir verschieben das Aufnehmen auf... äh, alle zusammen aufnehmen auf morgen. Jetzt haben wir doch schon aufgenommen. Ich meine, jetzt sind ja alle zusammen, weißt du? Das sind alle zusammen miteinander teilen. Wir können das ja auch jetzt machen. Ne, egal. Ich schreibe jetzt Anruf, startet, äh, startet gleich. Was ist, wenn die nicht wollen? Dann gibst du auch auf die Fresse. Ja, so sieht er doch aus, mein Freund. Boah, cool, verpiss dich. Hab keinen Freunde mehr. Ich schon. Das ist jetzt irgendwie peinlich. Alter, hier kann ich das gar nicht abstecken, dass da keine Monster rein... Oh cool, Monster können hier nicht rein, aber Spieler. Ja. Ich fahr schon mal... Ich würd sagen, provisorisch ist es ja abgesteckt. Jeder weiß, dass hier ein Grundstück ist. Mhm. Jetzt geh ich wieder nach vorne hin und dann bauen wir da unser GS einfach. Ja. Und... Das ist doch so krank, Alter. Voll geil, weißt du, ne? Hier, ich hab hier einfach über die Luft, ne, gebaut, ne? Und dann durch so'n... äh, durch so'n Baum durch... Ja, hab ich auch gemacht, hier ist so'n Luftabsperre und so. Oh, scheiße, Gott, kurz mal ne Aufnahme wendet. Ah, keinen Bock mehr, ne? Oh, ich das Häuschen in Häuschen gemacht hab. Egal, hat man halt einen kleinen Schnitt da drin, merkt man eh nicht. Da merkt man eh nicht, außer dass ich abgehakt bin und kein Leben mehr habe. Wir haben so'n riesen Grundstück, ne? Ich find's eigentlich ganz angemessen. Für die Babus halt, ne? Ja, auch wenn wir... Und, äh, wir haben ein Plugin drin, damit können wir die Leute verwarnen. Und, äh... Wir müssen noch gucken, bei wieviel Warns man, äh, zum Beispiel einen Time-Bun oder so bekommt. Ja, das ist halt für so Leute, die so mal machen, Ich hab' auch's wissen, wenn der Babo ist, ich werd' dich beleidigen, der Hur. Ja, Justin, das gilt auch für uns. Ich weiß, aber... Ich hab' ja jetzt nix gesagt, ne? Weiß' ja, ne? Ich bin ja der liebe Mann hier. Ja, Justin, du bist so mega nett. Okay, dann ruf' ich jetzt mal an, würd' ich sagen, ne? Was? Sagt er erst mal hier im Chat. Ey, hier hat einer... Ich hab' ja in die Confi geschrieben. Hier fragt einer grad, wurde IP schon geschickt? Keinen Bock, alles durchzulesen. Alter, dann soll er ein bisschen hochscrollen. Äh, also Leute, ihr seht das grad nicht, ich bin grad auf meinem zweiten Bildschirm. Ja, der gibt wieder an mit seinem zweiten Monitor. Ich sterbe gleich. So, ich hab' mal ein bisschen die Confi zu gespammt. Scheiße, wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ich hab' nur noch ein Herz, ne? Hä? Ich hab' nur noch ein Herz. Warum haben wir jetzt einen Creeper auf unserem Grundstück? Warum unbedingt einen Creeper? Aua! Der ist explodiert bei mir! Ich töte mich jetzt. Ich bin kein Selbstmord. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ah! Ah! Schreib' mal Ja. Ich baue jetzt eine Kiste, ne? Die erste Werkbank. Da packe ich jetzt einmal alle meinen Stuff rein, ne? Achtung! Da hinten ist ein Creeper, ne? Wo? Da! Da! Ach, da! Ja! Der ist so grün, den seh' ich nicht. Komm! Komm, komm, komm! Bam! Voll in die Fresse. Bam! Voll in die Fresse! Ah, ja, ja, ja. Deine Mutter ist grad beschäftigt. Schleller, schneller, schneller! Bam! Voll in die Fresse! Ich seh' jetzt erstmal bei mir, äh, bei uns auf dem Grundstück, äh. Okay, ich ruf' jetzt an. Warte, lass mich eben noch zum Grundstück kommen. Babadadad, mach doch der Speck! Ah, ja, stimmt. Ah, ich will das scharf ess haben! bei uns kann mit unserem skelett in unserer kleinen gruft da und badet also es war der ganzen tag wird einfach nicht vorbrennen das finde ich von dem wegpunkt neuer wegpunkt in der hause voll falsch geschrieben aber egal du warst ein bisschen zu lauter als erst mal gucken ob der den zaun aufnimmt ok er nimmt alles auf ok ich rufe jetzt an du musst anrufen ich kann nicht anrufen ja sofort ok sofort also niemals dann mache ich kurz einen schnitt und dann sehen wir uns wieder